Hey du! Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen... Spider-Man? Kann da ad hoc mit dir mal gar nichts anfangen? Gucken wir mal, was das ist. Mir fällt das raus. Ich habe so Angst, dass ich nicht mal für irgendeinen Baum oder Haus... Wo bringen die noch jemanden um? Wollt ihr das wirklich tun? Okay! Okay. Okay. Sehr gut. Kein Problem für Spider-Man. Gut langsam. Wie? Okay. Ich mag... Okay, da ist die Markierung. Habe ich gerade gar nicht gesehen, aber... Spider-Man? Keine Bange. Ich bring dich ins Krankenhaus. Und ich muss darauf hinweisen, dass privates Feuerwerk in ganz New York verboten ist. Das wussten wir nicht. Die waren für unseren Bruder, Lex. Er ist vor ein paar Jahren gestorben und hat sie geliebt, also schießen wir zu seinem Geburtstag immer ein paar ab. Oh Mann, tut mir leid. Spider-Man? Wow! Immerhin kann ich meine Zehen spüren. Ist das schon was? So. Das Personal hier ist super. Du bist in besten Händen. Danke. Äh, warte. Wenn dieses Feuerwerk so gefährlich ist, solltest du dir anschauen, woher wir es haben. Bei den Docks nördlich von hier zwischen den zwei Brücken. Ich glaube, ich kenne den Ort. Ich sehe es mir an. Hey, ich hab Mike abgeliefert. Er meinte, ich sollte mal nachschauen, wo ihr das Feuerwerk her habt. Die Typen vom Dock? Gute Idee. Sei vorsichtig. Zwei von denen hatten Wachen. Also richtige Wachen. Ich bin vorsichtig. Danke. Läuft langsam? Ne, wird immer flüssiger. Ui. Sind die alle böse? Oh. Wow. Ich wollte euch warnen. Ein paar zielichtige Gestalten verkaufen schlechtes. Moment mal. Ihr wisst hier. Ruf die Joks. Wir brauchen diese Lieferung. Okay. Wow. Der ist riesig. Oh, der war gut. Also nicht von uns. Ent 2015. Sch Ob pole zu堅irmelle, ich hör mir auch ein paar temporaire. Obwohl ich bin. Neh, da sab ich mal. Wie gerne raus bin. Es wird mir Handy zu sein. Ich hab dann gek translucentします. Ach, das wäre das zuacas. Oh, 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 oh. Okay, das war ein bisschen ungünstig, weil er gerade überhaupt keiner war. Das Feuerwerk! Es brennt! Der Fluss! Ich schmolz es rein! Schön. Moment! Noch zwei brennen? Okay, letzte Kiste! Das war Zeit schon. Nice! Richtig nice! Happy Birthday, Lex! Machst du das? Oh man, ich hoffe, Mike hat das auch gesehen. Lex würde das feiern. Viel Spaß euch noch in New York. Seid vorsichtig. So, wir haben dort die Mission. Zusammen ist ein bisschen Zeit, mich vielleicht etwas knapp. Deswegen... Hm. Na gut. Ich konnte mich hier entscheiden, rechts oder links, und dann kam das Baum. Warum? Die werden das Gebäude niederbrennen! Die Flamme lässt sie! Na, ihr seid geliefert! Mike hat mich einfach mehr. Die Flamme lässt sie! Mein Name ist so einfachen Topf. Moin eine Flamme lässt sie. Schau, nicht mehr oder. Ich kann Testen. Wenn wir die Flamme nehmen, die Flamme machen, gehen wir schlecht. Wow. Ne, zwei. Waren es alle? Okay, jetzt waren es alle. Wow, jetzt reicht Luft nicht mehr aus. Vielleicht schaffen wir es noch hier in den Zugreiber? Sehr gut, gleich den nächsten geschafft. Markus Erinnerungskristall. Ich hole ihn. Der war hier irgendwo. Da ist er. Eine Überraschung. Ich habe doch nicht Geburtstag. Wow. Ich glaube, das war's. Wir können den... ...brechen, knacken... ...und uns die Erinnerung anhören. Also sage ich den Polizisten, dass jemand hinter uns her ist. Aber sie hören mir nicht zu. Das tut nie jemand. Seit dem er selbst in die Hand zu nehmen. Marco wurde ewig nicht gesehen. Ich hätte ihm geholfen, wenn ich von seinen Problemen gewusst hätte. Ich habe gerade mit meiner Quelle beim Raft gesprochen. Marco war seit seiner Ankunft auf Kavall aus. Aber angeblich soll er Anzeichen von Besserung zeigen. Was immer du mit den Kristallen anstellst. Mach weiter so. Ist ja gut, dann tun wir das natürlich. Um ihm zu helfen. Das sind Einbrecher. Es geht los. Ich habe es vorstellt und sie quenzen. Whoa. Sehr gut, da wär ich fast ins Schwitzen gekommen. Was war das da hinten? Irgendwas war... Da ist die Mission. Da ist das. Okay, ich hab's verloren. Oh, das Dark Tower. Doch, das ist da hinten. Hier klagen glaube ich Teile. Schnappen wir gleich, denn sonst nehme ich da nie zurück. Was ist da bei der Underground Technik? Was ist da bei der Underground Technik? Die grünen Markierung. Ah, Fotospot. Das sehen wir uns an. Ich komm da sooo auf Zufall drauf. Ich soll dir Netze ausliefern. Wer will sie haben? Hammer doch Schaden der Reihe. Hm? Ich dachte, es reicht, aber ist hier noch einer da? Oh, der ja. Schade. Gefühlt, in der letzten Mission haben wir auch noch Schaden erhalten. Und demzufolge das Bonus-Theme nicht geschafft. Ne. War nur ein Stuhl. Geh noch mal darüber zum Grün, um rauszufinden, was es ist. Ob es noch ein Foto ist, oder doch was ganz anderes. Als Autofahrer ist es bestimmt auch nicht so einfach, wenn der da rumschwingt. Okay, sind ja gleich hier. Okay. Die werden noch den ganzen Block sprengen. Was geht? Heute ist eurem Klam. Sehr gut. Wow. Waren das alle? Hm. Irgendwo ist noch einer? Ich seh ihn grad nicht. Ich sag mal lieber nicht, wie nah ich einem fast explodierenden Tankwagen gekommen bin. Ich meine hier hinten irgendwo war das Grüne? War's das da? Ah, vielleicht hier. Perfekt für Robby. Demonstrieren ist nicht nur verfassungsmäßiges Recht in New York, sondern Bürgerpflicht. Vor allem, wenn ein multinationales Unternehmen unabsichtlich eine Biowaffe auf die Stadt losgelassen hat. Es kann nicht, wie viel es davon überhaupt gibt. Die Leute werden verprügelt. Wißt du, letztes Mal hab ich mir über so viel Rücken verrenkt. Moment, was? Ich hab jemanden mit einem Brecheisen beauft. Auf geht's! Was? Wow! Das war ein bisschen ungünstig, weil überhaupt keiner da war. Komm! Macht der noch was? Ich bin doch vor dir! Hau zu! Na toll! Wir warten noch einen, dass wir das letzte auch noch kriegen. Okay. Okay. Nochmal. Nochmal. Sehr schön. Okay. Das waren alle. Wenigstens einmal heute ein Bonus C erfüllt. Das fühlt sich nicht verkehrt hin. So, wir haben noch ein bisschen Weg bis zur eigentlichen Mission. dieses hier hinten machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir da ankommen. Ja. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye! 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 Bye!